Jetzt wird alles beruhigt, jetzt wird alles beruhigt. Bist du dich auch wieder beruhigt? Ja, okay. Was? So, Gefahr für die Gäste ist eher nicht so, weil es ist alles okay wieder. Sonn ist fertig. Ich glaube, du kannst mich mal. Wo sie ihn da hinkriegen, sicher nicht. Sehr gut. So, mach das jetzt auch noch. Repariert. Du reparierst irgendwas? Du reparierst. Wie denn reparierbar? Jetzt kommen sie ja nicht raus. Och, Junge. Was, wie wahnsinnig. Hä? Fuck you! Jaja, ist ja gut. So, kann ich mal kurz, danke. So, kann ich mal kurz, danke. Ich muss den Scheißstrom wieder reparieren, alles ist so, glaube ich. So. Einmal das Thema. Alles gut. Hier drüben ist auch anscheinend noch was kaputt. Oder auch nicht. Äh, du. Hier. Okay. Passt. So, und jetzt bitte gib mir eine neue Mission, bitte. Äh, ja. Sicherheitmäßiger Dude. Zum Beispiel sowas. Siehste? Genau der richtige davon sind. Ja. Das meine ich. Ciao. Siehste nicht mehr. Genau sowas. Davon rede ich. Die Dinos. Das gehe ich auf die Reihe. Was ist mit euch überhaupt? Geborgen hat? So. Okay. Äh. Warte mal. Wo ist der Typ? Hier. Kollege, du brauchst noch nicht Abflug machen. Du reparierst noch was. Was hat der? Alter, jo. Ich hab's gemerkt. Ihr braucht... Ich hau ihn jetzt noch. Ihr Wichser, ihr Verschliessenen. Bäm. Bäm. Und Bäm. So. So. Okay. Okay. Ich seh mal, ob die Porte kommt. Mal ja da gleich selber. So. Hier wieder Zeit. Äh. Pss. Okay. Ich weiß nicht, was die da drinnen das genau machen. Aber ich hoffe, die werden nicht den Zaun irgendwie platt machen. Sehr gut. Na passt. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh, das scheiß. Ich lass die Wand an. Ah, ja, 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 ja. Na, ist noch ein bisschen weit. Bei der Testpoller kriege ich mal keinen von irgendwem, ja. Ich bin eigentlich relativ recht. Aber sobald's mal geht, will ich gerne nochmal einen Auftrag von dem Dude machen. Vielleicht kann er noch zwei Aufträge, die wir's okay sehen. Hoffe ich. Ich mach's jetzt einfach so bei den Velos. Ich lass einfach dann alle frei. Also ich muss sowieso noch einen freilassen. Und. Dann kommt's darauf an, ob ich's jetzt zu viele hab oder so. Und dann die Restlinien, die was zu viel sind. Die verkaufe ich dann halt wieder. Also auch für unseren Kollegen, äh, Metria irgendwas, dass das für den auch zu viel ist. Weil das kann gut sein. Der ist ja schwer an der Grenze. Zwischen okay und zwischen scheiße. So. Oh. Wait, Bro. Ekklar. Der schläft gar nicht, der Metria irgendwas. Oh. Oh. Aber der ist. Eis. Warte doch. Mein Gott. Jetzt. 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 Scheißhaufen. Wie kurz schläfst du bitte? Ah. Das ging echt schnell. Toll. Okay. Jetzt. Hat sich erledigt. Du hast echt nicht lange geschlafen, du Arsch. Gut. Ja, verzieht euch. Jetzt Bands zurück, aber er fährt wieder ewigst langsam. Oh. Schwede. Gut. Dann pfeife ich auf die Mission. Spann. Nummer 1. Nummer 2. Und Nr. 3. alles klar die sind die warten auf perfekt gut so wie sieht es aus ist irgendwie irgendwie zu viel irgendwie wird darüber denn es ist bald zu viel wird wahrscheinlich gleich mal aus euch passt oder nicht sogar auch zu viel es ist bei euch auch zu viel bald wird sie wollen alpha dude ja habt ihr es wird eigentlich bei euch zu viel wie viel haben wir dann zwei drei vier fünf sechs sieben okay das kann ich verstehen tja ja es wird eng ich glaube der letzte ist dann zu viel die panik ja der letzte wird es zu viel werden okay das ist nicht das problem because ich werde einfach jetzt einen rausholzen oder warte mal wo steht der scheiß jetzt hier neben alter 0 der 0 7 8 sind die die älteren erst vier arbeit kommen dann du dann bist du jetzt raus perfekt ist er raus da kommt der andere rein dann ist auch gerade so dass es noch passt und doch das zufrieden und die anderen sind auch zufrieden alles klar super das ist ja so ja du die Sicherheit unserer Gäste hat natürlich oberste Priorität äh ja damit kann ich leben auf zweiter Stelle steht jedoch die Verbesserung unseres Sicherheitsprofils und dieser Auftrag können uns dabei helfen warte mal hier da ist es wichtig dass sie darüber nachdenken da ist es ja relativ voll schon da ist ja nicht so geil hier an Kylo mit 90 Angriff ein an Kylo an Kylo an Kylo an Kylo der tut Angriff 90 oh fuck treibende wir haben das 90 Angriff weil diese deckchen scheiße Warte mal. 82? Boah. 96. 93. Alter! Fuck! 94. Ja, super. Sehen wir mit 91 oder so? 93. Warte mal. 93, 58. 94, 65. Da nehm ich den. Mit der Hoffnung, dass er durchkommt. Oh Gott, der kommt niemals durch. Der kommt sicher nicht durch. Warum? Gestorben? Tatsache. Läuft. Von mir aus. So, und der letzte. Und der letzte. Warte mal. Okay. So, da ich nicht glaube, dass der Typ durchkommt, werde ich nochmal einen Auftakt von dem Dude machen. Nein. 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 Hör auf für diese scheiß Gesteanzahl. Nein. Hör auf damit. Ich hasse es. Du weißt doch gar nicht wie. So, okay. Dann hoffe ich dann, dass der Kack doch irgendwie klappt. So, wie sieht es jetzt aus mit euch? Die Zahl ist gerade so. Ja. Dort passt. Kann man machen. Kann man machen. Scheiße, Alter. Scheiße, Scheiße, Alter. Komm schon, ich will von der Insel endlich raus. Ich warte nur noch. Ich sehe doch, ich sehe was. Tatsache. Ein Fossil. Ach, der. Passt. Bam, und das. Was. Oh, da bin ich echt froh, wenn dieses scheiß Sicherheitsding der Mission noch geschafft hab. Dann. Weiß nicht, passt. Wir sind raus. Wir sind raus und können endlich die letzte Insel machen. Weil das auch so die Größe ist. Ich hab echt keinen Bock mehr auf die Insel. Sieht zwar gar nicht so scheiße aus, aber und auch fast vier Störte kein Plan, wenn wir hier vorm Schnell machen sollen. Keine Ahnung. So, Kollege. Bitte, 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 bitte. Bitte überlebe. Oder noch besser, bitte, macht noch einen Auftrag. Wieso schreien die Vedas so, als wenn die gleich ausbrechen? Das ist so der typische, das typische Geräusch, wenn die aufbrechen wollen. Weiß aber nicht. Komisch. Zaun läuft hier überall, oder? Nicht überall Strom. Es ist... Licht ist. Das bedeutet für mich, dass Strom ist. Ja, doch. Denk schon. Das ist eigentlich relativ gut, dass ich jetzt den Zaun auch hab. Wer könnte bei der anderen Insel dann schön für... Weiß ich nicht. Für... T-Drix, Indominus und Vedas und was versiehen wir mal alles reinholzen. Pfff. Das kann lustiger werden, ne? Er hat es echt überlebt, ich glaub's gar nicht. LOL. Perfekt. Aber du wirst gleich verkauft, Kollege. Sorry. Hätte ich nicht gedacht, dass das gleiche... Das ist überlebt. So, Kollege. Das Ding haben wir. Was heißt noch? Nein. 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 Äh. Okay, warte mal. Ich mach's doch, weil... Warte mal. Hat der jetzt den Kampfsieg bekommen? Ah, so. Egal, was der Grund dafür ist, aber dieses... dieses Verlangen, die Dinosaurier zu beherrschen, das ist unser Fehler. Kann man mal. Wir brauchen ihr Vertrauen. Und sie gegeneinander aufzuhetzen hilft uns dabei nicht. Ja, sag's doch hier, Kollege Pimperbums, nicht mir. Toter Dinosaurier, wieso? Ah, okay. Und zwar... 104 Jahre! Ja, bist du... bist du das Wahnsinn. Okay. Wie sieht's aus jetzt mit euch? Sozial? Wer, wie, wann, wo? Aha. Du füllst auf und kannst gleich dann den Heil bedanken. Dann... Warte mal, dann, warte mal, 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 warte mal. Wie sieht's mit euch aus? Sozialmäßig geht's schon. Geht klar, wie sieht's mit euch aus? Sozial... ja, ist ja nicht so der Fall, dass ihr das wollt, oder? Nee. Ehrlich so, okay. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Ist der Ballmann verkauft, wie lange da und das? Also nee, ah, okay, passt. Sag, der ist auch für dich. Ich verkaufe ich, sehr gut. Du bist weg, du bist weg. Das ist in Arbeit. Besser gesagt, mach ich das selber. Das passt. Hier irgendwo ist unser Kollege, was bisschen krank ist. Bist du da? Wer ist es? Wer ist es? Da da drüüb, ach du Scheiße. Sorry, ich muss kurz geiler. Zack. Das ist easy, euch den zu treffen. Juckt ihn auch nicht. Und tschau. Die Sicherheitsabteilung kann nur den Tierbestand hier auf der Insel kontrollieren. Ich frage mich, was mit den verkauften Dinosauriern passieren wird. Aber darum müssen sich wohl andere kümmern, Schätze. Boah. So auktionsmäßig so wie beim zweiten Teil oder so. Maybe. Weiß jetzt ein Spoiler? Nee, ich glaub nicht. Okay, Hammer auch. Ja, siehst du doch, der hat, der hat Kanzig. Sie und ich sind ein tolles Team. Der läuft. Den du, na.